Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bekomme immer wieder die Frage gestellt, welchen kostenlosen VPN-Anbieter kannst du empfehlen? Und meine Antwort ist, kommt drauf an. Willst du Geoblocking umgehen, um einen Stream zu schauen, der in deinem Land nicht verfügbar ist, dann kann ein kostenloser VPN durchaus helfen. Erwartest du Privatsphäre, Sicherheit und Anonymität, dann würde ich dir nicht zu einem kostenlosen VPN-Anbieter raten. Da gibt es bessere Alternativen und die stelle ich ja auch noch vor. Denn man muss sich natürlich immer die Frage stellen, warum bieten Anbieter ihre VPNs kostenlos? Und da gibt es ganz unterschiedliche Intentionen. Eine Option ist, dass VPN-Anbieter, die auch Paid Plans anbieten, eben darauf hoffen, dass Nutzer der kostenlosen Version irgendwann upgraden. Und diese VPNs kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Was man aber meinen sollte, sind VPNs, die komplett kostenlos sind und überhaupt kein Geschäftsmodell erkennen lassen. Denn wenn es keinen Paid Plan gibt, dann seid sehr wahrscheinlich ihr das Produkt bzw. eure Daten. Das heißt, wenn ihr einen kostenlosen VPN-Anbieter sucht, dann solltet ihr auf jeden Fall trotzdem darauf achten, mit welchem Anbieter ihr geht und ihr dürft auf jeden Fall keine hundertprozentige Privatsphäre erwarten. Und um euch die Auswahl leichter zu machen, habe ich euch fünf kostenlose VPN-Anbieter rausgesucht. Und diese schauen wir uns jetzt an und wir gucken uns auch die Vor- und Nachteile der jeweiligen Anbieter an. Und ganz am Ende habe ich noch einen kleinen Bonus für euch, den ihr auch noch nutzen könnt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Let's go! Bevor es mit dem Video weitergeht, möchte ich dir noch den Sponsor des heutigen Videos vorstellen. Und das ist FlexiSpot. Bei FlexiSpot findest du höhenverstellbare Stehtische und diese Tische kannst du ganz nach deinen Bedürfnissen einstellen. Das heißt, du kannst ihn sitzen oder auch im Stehen nutzen und du kannst dir deinen Tisch so wie du willst konfigurieren. Und auch ich habe mir einen Tisch bei FlexiSpot konfiguriert und zwar den E8. Ich habe zusätzlich noch eine Halterung für die Steckdose und ein Kabelmanagement und die Tischplatte habe ich in schwarz gewählt. Und gerade wenn ich recherchiere oder cutte, dann ist der Tisch schon Gold wert, denn das lange Sitzen ist für meinen alten Rücken nicht mehr ganz so gut. Und wenn mir der Rücken wehtut, dann fahre ich den Tisch einfach hoch und kann im Stehen weiterarbeiten. Und das entlastet wirklich und ist eine angenehme Position. Vielen Dank an FlexiSpot für den Tisch. Und wenn auch du rückenschonend arbeiten willst, dann findest du den Link zu FlexiSpot in der Beschreibung. Und dieser Monat ist ein sehr guter Monat, um bei FlexiSpot zu bestellen, denn aktuell laufen gleich mehrere Aktionen. Wenn du im November den Newsletter abonnierst, erhältst du 8% Rabatt und die Chance, eine Apple Watch Ultra zu gewinnen. Und ab dem 25.11. erhältst du außerdem 30 Euro Rabatt ab einem Bestellwert von 500 Euro. Dazu musst du auch keinen Code oder so eingeben, sondern das System rechnet den Rabatt automatisch an, wenn du einen Bestellwert über 500 Euro hast. Ja, an der Stelle nochmal vielen Dank an FlexiSpot für die Unterstützung. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Der erste Anbieter ist Hotspot Shield. Und Hotspot Shield ist ein VPN-Dienst aus den USA. Die bieten auch einen Paid-Plan, aber eben auch eine kostenlose Version. Und hier habt ihr genau einen Standort, nämlich den Standort USA. Und die Geschwindigkeit ist in der kostenlosen Version gedrosselt und ihr seid volumenlimitiert auf 500 MB pro Tag. Und das ist nicht wirklich viel, wenn du streamen möchtest, dann könnt ihr das eigentlich vergessen. Windscribe, ein VPN-Anbieter aus Kanada, ist da schon besser aufgestellt. Hier bekommst du in der kostenlosen Version 10 Serverstandorte und die Bandbreite ist hier auch nicht eingeschränkt. Aber du hast maximal 10 GB pro Monat in der kostenlosen Version zur Verfügung. Zusätzlich hast du ja auch die Möglichkeit, den Anbieter ohne eine Anmeldung zu nutzen. Hier bist du dann aber auf 2 GB pro Monat eingeschränkt und das ist dann schon wieder ein bisschen wenig, finde ich. Ein Vorteil bei Windscribe ist aber auch, die kostenlose Version lässt sich auf mehreren Geräten nutzen. Hightme, der Anbieter aus Malaysia, bietet ebenfalls 10 Serverstandorte. Hier ist es auch so, dass die Bandbreite nicht eingeschränkt wird. Was aber auch hier eingeschränkt wird, ist das Volumen. Und zwar auch auf 10 GB pro Monat. Aber der Vorteil ist, du kannst auf jeden Fall die komplette Bandbreite der Server auch in der kostenlosen Version ausreizen. Privado. Privado ist ein Anbieter aus der Schweiz und bietet ebenfalls einen kostenlosen VPN. Und hier hast du ganze 12 Serverstandorte. Die Bandbreite wird nicht eingeschränkt. Also hier kannst du auch den vollen Speed der Server nutzen. Aber auch bei Privado bist du auf 10 GB pro Monat Volumen limitiert. Und der letzte Anbieter ist ProtonVPN, ebenfalls aus der Schweiz. Und Proton ist schon bekannt von ProtonMail. Das ist eine sichere Mail-Lösung. Und hier wird wirklich auf Privatsphäre auch geachtet. Und auch ProtonVPN bietet dir einen kostenlosen Service. Hier hast du drei Standorte. Und das Gute ist, es gibt keine Bandbreiten- oder Volumenbegrenzungen. Das Ganze ist dauerhaft kostenlos. Du kannst den VPN also so lange kostenlos nutzen, wie du möchtest. Einen VPN-Anbieter möchte ich euch noch zeigen. Der ist aber außer Konkurrenz. Und zwar der integrierte VPN des Opera-Browsers. Opera bietet einen kostenlosen VPN. Dieser VPN ist integriert in den Browser. Und hier habt ihr drei Standorte und volle Bandbreite. Und der ist wirklich relativ schnell. Aber dieser VPN lässt sich eben nur im Browser nutzen. Ihr könnt also nicht alle eure Verbindungen mit diesem VPN schützen. Aber wie gesagt, ist eine coole Idee. Der VPN funktioniert sehr gut und war auch sehr schnell in meinen Tests. Und das Ganze ist eben sehr komfortabel zu bedienen. Und am Ende möchte ich dir noch eine Möglichkeit zeigen, wie du schnell mal deine IP wechseln kannst. Und zwar mit Proxys. Es gibt Anbieter wie FreeProxy.cz oder ProxyScrape, die kostenlose Proxys zur Verfügung stellen. Und diese Proxys kannst du nutzen, beispielsweise mit einer Browser-Erweiterung wie FoxyProxy, das verfügbar für Firefox und Chrome, um mal eben deine IP-Adresse im Browser zumindest zu wechseln. Aber bei Proxys und vor allem bei kostenlosen Proxylisten würde ich auf jeden Fall aufpassen. Denn hier weißt du nie, wer den Proxy-Server stellt und wer dann im Endeffekt auch eventuell mitliest. Ich wollte das der Vollständigkeit halber aber hier noch erwähnt haben. Den Link zu allen kostenlosen VPNs in diesem Video und auch die Seiten mit den Proxylisten, die packe ich dir unten in die Beschreibung. Und eine Sache möchte ich jetzt nochmal loswerden. Kostenlose VPNs sind auf jeden Fall nicht schlecht, um beispielsweise Geoblocking zu erhöhen und auch ein bisschen die Privatsphäre zu erhöhen. Allerdings dürft ihr hier wirklich keine hundertprozentige Privatsphäre oder Anonymität erwarten. Und wenn ihr auf der Suche nach einem Anbieter seid, dann schaut immer, dass dieser Anbieter diesen kostenlosen VPN anbietet mit dem Hintergedanken, dass ihr später upgradet. Weil das ist ja ein Hintergedanke, den kann man noch verstehen. Wo ihr aufpassen müsst, ist bei Anbietern, die einfach komplett kostenlose VPNs anbieten, ohne ein Geschäftsmodell dahinter. Solche Anbieter findet ihr ganz oft im Apple App Store oder auch im Play Store. Und bei diesen Anbietern seid ihr die Ware bzw. eure Daten. Und da könnt ihr eigentlich mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgehen, dass hier eure Daten verkauft werden. Und da würde ich auf jeden Fall komplett die Finger von lassen. Wenn ihr nach Anonymität und Privatsphäre sucht, dann gibt es natürlich bessere Anbieter. Ich persönlich empfehle immer Perfect Privacy. Perfect Privacy kostet Geld. Auch ein bisschen mehr als andere VPN-Anbieter, wie beispielsweise NordVPN oder ExpressVPN oder wie sie alle heißen. Aber ich finde, hier ist das Motto, you pay what you get. Und den Anbieter kann ich euch wirklich guten Gewissens empfehlen. Und eine noch bessere Alternative zu klassischen Single Point Anonymisern, wie es eben VPNs sind, sind sogenannte DVPNs. Also dezentrale VPNs. Und dazu kommt in Zukunft auf jeden Fall nochmal ein detaillierteres Video. Ja Leute, ich hoffe, ich konnte euch einen guten Überblick geben über kostenlose VPN-Dienste. Wie gesagt, erwartet keine hundertprozentige Anonymität. Aber um Geoblocking zu umgehen, sind diese Dienste auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn ihr in Zukunft mehr solcher Videos sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Comments. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Und ich würde sagen, gerade bleiben und wir sehen uns beim nächsten Mal.